So, das hier ist die Andrea, Model im Monat August, unser Sommermädchen sozusagen. Und die hat mir gesagt, ich darf den Haartest machen, ich trau mich aber nicht, weil die Petra hinten dran steht. Also da passiert jetzt nichts. Ne, passiert nichts. Okay, stimmt, passiert wirklich nichts. Ja, die Vorbereitung, was habt ihr heute schon alles gemacht? Wir haben angefangen mit Lauftraining und ansonsten den ganzen Tag relaxten und uns gut gehen lassen. Und jetzt steigt die Nervosität von Minute zu Minute. Es geht, es hält sich noch in Grenzen, vor dem Auftritt wird es schlimmer. Und was denkst du, wird heute Abend so um 10 passieren, wenn es vorbei ist, große Feierei? Ich gehe dann ins Bett, morgen ist großer Geburtstag angesagt. Deiner? Meiner Oma Jähre. Okay, wie alt wird die? 80. 80, ey, dann machen wir es mal so, wir wünschen ihr genau um 12 alles Gute, wenn wir es jetzt machen, bringt es Unglück, wollen wir nicht. Wir wünschen dir viel Spaß heute Abend, viel Spaß morgen beim Feiern und du darfst jetzt noch Leute grüßen. Dankeschön. Grüßen. Ich grüße meine Familie, meinen Freund und alle anderen, die ich vergessen habe. Alles klar und bei uns geht es weiter. Ciao. Ciao. Tschüss. 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 Vielen Dank.